In Großbritannien sind offenbar drei weitere Menschen ums Leben gekommen. Ein paar Polizeiangaben wurden in Deutschland eingeladen, mit einem Autofunkgefahrt nach Scheidung gekommen. In Manchester gab es Straßenschlattung mit der Polizei, und mit der jüdischen Hauptstadt, die Besuchung rechtsenthalte Polizisten waren am Einsatz sind gut. In der Türkei wird heute zum ersten Mal ein Zunabig-Wertsystem für das Mittelmeer und den Norden aus der Plantik getestet. In der Türkei wird heute zum ersten Mal ein Zunabig-Wertsystem für das Mittelmeer und den Norden aus der Plantik getestet. Untertitelung im Auftrag des Zunabig-Wertsystem 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 Untertitelung im Auftrag des Zunabig-Wertsystem